Grüß Gott! Ich will ein Sammlungsvideo machen, wie ihr schon gelesen habt. Entschuldigung. Es soll um eine Lippenpflege gehen. Eine Lippenpflege habe ich jetzt in der Handtasche, glaube ich. Das ist diese Bio-Muesli von Liv Rocher. Kennt ihr aber eh. Will ich jetzt nicht unbedingt holen. Ehrlich gesagt bin ich so faul dafür. Aber ich habe euch andere drei vom Badezimmer geholt, die ich benutze. Also nicht alle drei sind vom Badezimmer. Den habe ich hier beim Bett stehen. Das ist dieser von Liv Rocher, den es letztes Jahr in der Weihnachtskollektion gab. Das ist der, was nach Messino riecht. Den spare ich auch extrem, weil ich nicht will, dass er leer geht. Dann den habe ich hier beim Computer stehen. Das ist der Traube, der was Feuchtigkeit spendend ist. Den habe ich halt jetzt zur Zeit beim Computer stehen. Da habe ich auch noch Backups, das seht ihr dann gleich. Dann habe ich noch einen im Badezimmer stehen. Das ist der von Mac. Das ist dieser Hot & Saucy. Könnt ihr gut lesen. Kann ich euch auch schön zeigen. Der sieht nämlich so aus. Der ist schon ein bisschen gebraucht. Aber Rot gibt die Kamera aber nicht schön wieder. Aber ja, er ist ein bisschen benutzt. Jetzt nicht zu stark, wenn man sieht, wie viel da noch drinnen ist. Da werde ich halt noch sehr lange brauchen, den aufzubrauchen. Dann habe ich noch zwei Backups von meinen Liv Rocher Traube. Habt ihr eh gesehen. Dann habe ich noch drei. Ich habe eigentlich eine ganz, ganz kleine Sammlung. Also sorry, dass das Video so kurz ist. Den habt ihr ja, oder werdet ihr dann noch in dem Haul-Video sehen. Kommt auch an, wie ich die Videos hochlade. Und ja, ich zeige euch zuerst die zwei von La Bello. Das sind nämlich die einzigen Sorten, die mich richtig interessiert haben. Was mich noch interessiert, ist der Macadamia Vanille. Den würde ich mir auch noch kaufen. Aber erst, wenn ich ein bisschen weniger habe, weil das ist eindeutig zu viel. Ich habe halt noch die beiden hier. Das ist einmal der Blueberry und einmal der Coconut. Den Coconut gibt es ja angeblich in Deutschland nicht, habe ich gehört, oder? Bei uns gibt es den nämlich bei Müller, nein, Blödsinn, DM Müller. Deswegen, ja. Aber beide riechen sehr, sehr geil. Also, ja, der Blaubeere, der riecht ja am allerbesten. Also, ich mag den Blaubeere irgendwie am liebsten. Kokos finde ich auch toll, aber nicht so gut wie Blaubeere. Na, geh auf. Das riecht so, oh ja, ich kann mich nicht entscheiden. Das riecht so nach Bonty. Und das Blueberry riecht nach dieser Campino, wenn ihr euch an die noch erinnern könnt. So sieht das aus. Ist noch unbenutzt. Ich liebe, dass mein Lippenpfleger unbenutzt ist. Dann habe ich eine letzte. Die gibt es beim Douglas. Die habe ich mir nur gekauft, weil die einmal die Rheni in die Kamera gehalten hat. Die hat sie früher nämlich mal benutzt. Die riecht nach Erdbeer. Das ist eine ganz komische Marke. Ich kann euch das mal zeigen. Mir gefällt nämlich die Verpackung so gut. Und ja, da steht da oben, glaube ich, die Marke. So sieht auf jeden Fall die Verpackung aus. Viele langjährige Rheni-Fans werden die sicher kennen. Da fahre ich gleich fast mit dem Nagel hinein. So sieht die aus. Und ist auch noch unbenutzt. Ich habe die hier alle drinnen, wie ihr sehen könnt. So sieht das aus. Da unten ist die Blueberry. Es ist schon weniger, weil ich ein bisschen aussodiert habe. Aber nicht allzu wenig, wie ich wollen würde. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es jetzt so arg kurz war. Ich habe nämlich nicht mehr Lippenpfleger. So kann ich euch nicht mehr zeigen, außer die halt von Bio-Müsli. Und die ist in der Handtasche. Und die schaut schon so eklig aus. Sonst will ich euch die nicht unbedingt in die Kamera halten. Ja, aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wir sehen sich beim nächsten Video wieder. Bye!